Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Forza Horizon 4 News, dem Newsformat zu Forza Horizon 4. Und es geht heute um eine Neuigkeit, die eigentlich gar nicht mehr so wirklich neu ist, aber das Spiel ist offiziell jetzt erst gelauncht worden. Es ist Forza Street und für einige von euch, die noch nicht wissen, was es ist, es ist ein Ableger aus der Forza Reihe, der praktisch ein Mobile Gaming bietet. Also ihr habt eine sehr vereinfachte und rein Arcade-lastige Steuerung und ein Spielprinzip, das ich euch aber gleich noch einmal genauer zeigen werde. Für alle anderen, die es vielleicht schon gehört haben, hiermit ist es jetzt offiziell Forza Street, um das es hier geht. Und da seht ihr noch einmal hier die Einblendung, ist jetzt offiziell im Microsoft Store verfügbar und wird bald auf den Mobilversionen, also im App Store oder im Google Play Store herunterzuladen sein. Nun, um alle auf den aktuellen Stand zu bringen, möchte ich eben in diesem Video einfach erklären, um was es genau bei Forza Street geht, welche Eigenschaften dieses Mobile Game mit sich bringt, beziehungsweise noch aktuell nicht Mobile Game und vor allem möchte ich euch zeigen, dass Forza Street eigentlich gar kein neues Spiel ist, sondern schon längst am Markt war und das seht ihr auch gleich in der Geschichte zu Forza Street. Denn wenn wir an dieser Stelle noch einmal etwa vier bis sechs Wochen zurückspringen in der Zeit, erinnern wir uns daran, dass es auf Forza Motorsport eine News gegeben hat, in der irrtümlicherweise ein Hyperlink gesetzt wurde, der zu einer weiteren Seite führte, auf der etwa stand, Forza Street wird ein neues Mobile Game sein für Android und für Apple. Und damit war bereits bekannt gewesen, dass Forza Street ein neuer Titel in dem Forza-Universum werden wird, Allerdings war eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, wie das Spiel genau ausgestaltet sein wird. Von mir gab es bereits ein Video vor etwa vier Wochen dazu, dass ich euch jetzt hier nochmal oben in die Infobox packen werde, falls ihr da draufklicken möchtet, denn da habe ich schon einige Informationen genannt und auch die Vermutung geäußert, dass Miami Street eigentlich der Titel Forza Street ist. Allerdings hat man sich vielleicht in der Namensgebung damals nicht ganz einig sein können, ob man jetzt diesem Spiel den AAA-Titelnamen Forza geben möchte. Auf jeden Fall hat man genau das jetzt getan, denn die Entwicklung von dem Entwicklerstudio Electric Square, dessen Screenshot ich euch jetzt hier einmal kurz einblenden werde, zeigt auch nochmal ganz klar, Forza Street ist eigentlich eine Entwicklung von Electric Square jetzt in Zusammenarbeit mit Turn 10. Denn vorher stand exakt auf dieser Seite, dass man Miami Street im Alleingang entwickelt hat und hat Turn 10 quasi, damit keiner auf die Idee kommen könnte, dass das eine Zusammenarbeit hier gibt mit Turn 10, das Ganze einfach nur als Alleinentwicklung bekannt gegeben unter dem Namen Miami Street. Und das Ganze wurde jetzt eigentlich nur umbenannt und ist dasselbe Spiel, das es vorher schon die ganze Zeit auch im Microsoft Store gegeben hat. Und das zeige ich euch einmal hier an diesem folgenden Screenshot. Denn an die Stelle von Miami Street ist nun in Microsoft Forza Street getreten. Das bedeutet, wenn ihr jetzt Miami Street eingebt, kommt dort kein Ergebnis mehr. Und stattdessen gibt es auch hier schon 205 Bewertungen zu Forza Street und wenn ihr dort einmal etwas genauer nachforscht, gibt es auch schon sehr alte Bewertungen, die auf den Titel Miami Street hindeuten. Denn Microsoft Studios hatte den Fehler gemacht, auf die ersten Rezensionen zu Miami Street damals nach dem Release zu reagieren und hat in jeden Antworttext geschrieben, vielen Dank für dein Feedback zu Miami Street. Und das steht auch heute noch eins zu eins, wie ihr dem Screenshot entnehmen könnt, unter der Seite von Forza Street. Und damit ist eigentlich vollkommen klar, dass Forza Street im Prinzip nur Miami Street ist, allerdings umbenannt wurde im Microsoft Store. Und damit handelt es sich um kein neues Spiel, sondern wir kriegen quasi einen alten Brei wieder aufgekocht und jetzt quasi als neues Forza Street Game verkauft, obwohl es schon längst seit über einem Jahr oder knapp einem Jahr auf dem Markt verfügbar ist. Nachdem wir das jetzt wissen, sollten wir uns aber einmal anschauen, um was geht es eigentlich in Forza Street. Und dazu habe ich euch ein paar Ausschnitte aus dem letzten Stream vorbereitet. Denn um euch das Spielprinzip etwas näher zu bringen, habe ich jetzt einmal hier das Beispielrennen aus dem Stream herausgesucht, denn hier seht ihr einmal, ihr müsst quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen fahren gegen einen virtuellen Gegner. Also ich denke mal, das ist wahrscheinlich die KI, denn es gibt keine dynamischen Rennen. Ihr müsst quasi nur die Gastaste drücken, die auf dem PC eben entweder die Maustaste ist oder die Leertaste oder beim Mobile Game in Zukunft dann wahrscheinlich ein virtueller Knopf auf dem Display sein wird. Und ihr geht hier in dieser gelben Zone dann vom Gas runter und wieder hier in der gelben Zone auf das Gas rauf, um zu beschleunigen, denn alles andere ist automatisch bremsen. Das bedeutet, wenn ihr den Knopf löst, bremst das Fahrzeug wie hier zu sehen automatisch. Ihr müsst keine Kurven-Einlenkverhalten irgendwie üben oder sonst etwas, denn lenken müsst ihr selbst nicht. Das Spiel lenkt vollkommen automatisch für euch und die ganzen Sequenzen, die ihr jetzt hier gerade sehen könnt, sind schon vorher geskriptet. Das bedeutet, ihr habt keine Möglichkeit, jetzt nach links oder rechts auszuweichen oder eine Kurve anders zu nehmen, denn das ist alles, so wie ihr es jetzt hier sehen könnt, schon vorher eingespielt und hängt nur davon ab, wann ihr in welchem Moment Gas gebt. Ziel des Spiels ist es natürlich, neue Fahrzeuge freizuschalten. Also ähnlich wie in den Forza-Titeln auch, spielt das Fahrzeuge-Sammeln eine große Rolle. Allerdings kommt noch der Aspekt des Tunings sehr bedeutend hinzu, da dies natürlich den einzigen Einfluss nimmt, ob euer Fahrzeug stärkere Beschleunigungen hat oder eben auch letztlich vielleicht besser bremsen kann beziehungsweise eine bessere Möglichkeit hat, um durch den Nitro-Boost, der links unten im Bild zu sehen war, auch mehr Leistung rauszuholen, wenn der Boost eingeschaltet wird. Ob ihr diesen überhaupt selbst auslösen könnt, weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht, da ich mich dem Spiel selbst nicht gewidmet habe, sondern ihr seht jetzt hier praktisch Stream-Inhalte. Allerdings, wie gesagt, ist das Spiel kostenlos schon zum Download zur Verfügung im Microsoft Store, falls ihr euch einmal selbst daran versuchen wollt. Für Upgrades und neue Fahrzeuge gibt es dann zwei Möglichkeiten, wie ihr an diese herankommen könnt. So gibt es einmal gerade für die App-Version das typische Pay-to-Win-Prinzip, also In-App-Käufe wird es wahrscheinlich geben, um dann letztlich die Upgrades beziehungsweise einzelne Fahrzeuge dann kaufen zu können. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dann über den Spielfortschritt und einige Zeit mehr seltene Fahrzeuge auch freizuschalten, beziehungsweise auch Upgrades dann über den zeitlichen Spielfortschritt so zu erspielen. Und damit kommt natürlich die Frage auf, inwiefern hängt Forza Street mit den bereits bestehenden Titeln Forza Motorsport 7 und Forza Horizon 4 zusammen? Und die Antwort lautet hier ganz klar, es gibt keinerlei Verbindung zwischen diesen einzelnen Spieletiteln von Forza Street ausgehend, denn während Forza Motorsport und Horizon 4 sich häufig noch dieselben neuen Fahrzeuge teilen, beziehungsweise auch einige Patches, beziehungsweise zum Beispiel die Drift-Kamera aus Forza Motorsport 7 jetzt auch ihren Weg in Horizon 4 gefunden hat, ist davon auszugehen, dass es keinerlei Verbindung zwischen Forza Street und den bereits bestehenden Forza-Titeln geben wird. Vor allem auch die Fahrzeugmechanik, beziehungsweise die Spielprinzipien sind völlig unterschiedlich und daher gibt es auch keinerlei Spielfortschritte, die ihr zum Beispiel aus Forza Street mitnehmen könnt, um weiterzukommen in Forza Horizon 4 oder Forza Motorsport 7. Und damit sind wir am Ende dieses Infovideos zu Forza Street angelangt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Überblick bekommen, wie das Spiel aufgebaut ist und welche Spielprinzipien sich dahinter verbergen und was eigentlich hinter dem Titel Forza Street genau steckt. Eure Meinung dazu würde mich in den Kommentaren interessieren, denn ich persönlich halte von Forza Street ehrlich gesagt nichts, da ich von Miami Street auch schon nicht viel gehalten habe und ich finde auch eher, dass der Titel Forza Street nicht gerade eine wohltuende Bereicherung im Forza-Universum sein wird, weshalb ich davon ausgehen werde, dass es eher für Spott sorgt, als wirklich etwas bringen wird. Außer, dass die Kassen eventuell vom Playground, beziehungsweise Turn 10 noch etwas weiter gefüllt werden. Wie gesagt, eure Meinung in den Kommentaren würde mich darüber sehr freuen. Und damit kommen wir, bevor wir ganz zum Abschluss des Videos kommen, noch zu einem Punkt, denn es gibt seit einiger Zeit den Zitrone Formel 77 Club in Forza Horizon 4 und ich lade euch hiermit auch nochmal ganz herzlich ein, als meine Abonnenten, diesem Club in Forza Horizon 4 beizutreten. Bitte lest dazu noch einmal kurz die Beschreibung des Clubs durch, denn Klitscher oder Spieler von euch, die gerne irgendwelche Exploits benutzen, sind im Club nicht gerne gesehen. Dagegen alle Fairplayer, die gerne in Forza Horizon 4 auch andere Spieler suchen, um gemeinsam zu spielen oder die sich auch gerne mal vergleichen auf besten Listen mit anderen Club-Mitgliedern, die sind natürlich herzlich eingeladen und ich freue mich natürlich auf euren Beitritt. Zum Abschluss möchte ich mich noch einmal bei Arcana Racing bedanken, die mir heute den McLaren 720S in der Pre-Order-Edition verkauft hat. Herzlichen Dank dafür und damit verabschiede ich mich aus diesem Video, wünsche euch viel Spaß beim Zocken und sage Tschüss bis zum nächsten Mal, Macht's gut, ciao!